Hier ist sie nun, unsere neue Popcorn-Maschine im Einsatz. In ein paar Sekunden könnte es passieren, dass es anfängt zu poppen. Ah, man hört schon was. Ja, im Topf tropft schon ganz gewaltig. Und bald kommt dann das Popcorn oben raus. Es fängt hier schon an zu riechen, wie im richtigen Kino. Und jetzt geht der Topf auf und es geht los. Da ist das Popcorn. Da ist das Popcorn. Es poppt immer noch. Und unten sammelt sich jetzt das Popcorn. Und wenn es fertig ist, machen wir gleich noch welches und dann wird es genascht. Und dann geht's das Popcorn. Und dann geht's das Popcorn. Und dann geht's das Popcorn. Und dann geht's das Popcorn.